Musik Gitarrist und Trompeter Dirk Rudolf sowie der Sänger Martin Rühmann hatten die ehrenvolle Aufgabe, am 5. November die Vernissage zur Fotoausstellung Winzelkeiten auf Augenhöhe im Verwaltungsgebäude des Salus Fachklinikum Bernburg zu eröffnen. Zu sehen sind Arbeiten der Hobbyfotografin Cornelia Barnebeck, die im Salus Fachklinikum Bernburg als Sekretärin in der Verwaltungsleitung arbeitet. Doch wie ist sie zur Fotografie gekommen? Ich bin hier Sekretärin im Fachklinikum Bernburg seit 23 Jahren beim Verwaltungsleiter. Und meine Haupttätigkeit ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, dass ich hier die ganzen Flyer, Broschüren, Präsentationen, Baufortschritte, alles fotografisch begleite. Und durch diese Tätigkeit bin ich auch zu dem Hobby gekommen, Fotos zu machen. Ich bekam dann irgendwann eine ganz tolle Kamera zur Verfügung gestellt, mit der ich nicht umgehen konnte und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal ein paar Kurse an der Volkshochschule hier in Bernburg und versuche die Technik zu verstehen und die verschiedenen Bereiche. In der Fotografie gibt es ja ganz viele Bereiche, unter anderem auch die Makrofotografie, die hier heute zu sehen ist. Architektur, Landschaft, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da versuche ich mich halt auszuprobieren, um zu wissen, was für mich das Beste ist und was mir Spaß macht und was nicht so gut läuft. Gezeigt werden ca. 25 Aufnahmen vom Wassertropfen über Kleintiere bis hin zu anderen winzigen Motiven, die im Format 50 x 70 cm erstaulig anzuschauen sind. Dabei hat es Cornelia Barnebeck nicht leicht, ihre ungewöhnlichen Motive einzufangen. Also zum Beispiel am Wassertropfen habe ich mich sehr lange probiert. Da muss man Belichtungszeit, ISO-Werte, Verschlusszeiten, Weißabgleich, kann man ganz viele Dinge probieren, um wirklich den perfekten Tropfen hinzubekommen. Da habe ich ungefähr so 400 Aufnahmen gemacht in drei Stunden, um dann wirklich vielleicht zwei, drei, vier perfekte Wassertropfen zu bekommen. Ergänzt wird die Exposition durch fünf Bilder aus dem Bereich der Makrofotografie, die der Nachwuchshobbyfotografin Svenja Kassler gelungen sind. Wenn auch Sie sich für die einzigartige Welt der Fotografie interessieren und auch selbst zum Künstler werden wollen, dann können Sie beispielsweise Einstiegskurse an der Kreisvölkshochschule belegen, um alles Mögliche aus Ihrer Technik herauszuholen.